Die 6 besten Möglichkeiten, Payback-Punkte bei Amazon zu sammeln Ich habe die REWU Tragetasche Prosecco To Go Handtasche aus Filz in Grau und Pink Geschenk Junggesellen Abschied Party gekauft und bin sehr zufrieden damit. Sie ist aus hochwertigem Filz hergestellt und sieht sehr schön aus. Sie ist sehr praktisch, da sie leicht und tragbar ist. Sie hat auch ein schönes Design und ist in Grau und Pink erhältlich. Ich finde sie sehr nützlich, da ich meinen Prosecco jetzt überall hin mitnehmen kann. Ich kann sie auch als Geschenk für meine Freunde verwenden, wenn sie zu einer Junggesellen Abschiedsparty eingeladen sind. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann die Tasche nur empfehlen. Ich bin begeistert von den Bluetooth Kopfhörersport, in ihr Kopfhörer kabellos mit 2-Eng-Mikrofon für HD-Anruf. Sie sind sehr bequem und ich kann sie problemlos für lange Zeit tragen. Der Klang ist kristallklar und der Bass ist sehr beeindruckend. Die Ladekoffer-LED-Anzeige ist sehr praktisch und ich kann sie problemlos über USB-C laden. Ich bin auch sehr beeindruckt von der IP7 Wasserdichtigkeit der Earbuds, was sie zu einem idealen Begleiter für meine Lauf- und Sporteinheiten macht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesen Kopfhörern und kann sie jedem empfehlen. Ich habe mir vor kurzem die Hanfero Regenbogenbleistifte gekauft und bin begeistert. Sie sind aus recycelbarem Papier hergestellt und vorgespitzt, sodass man sie direkt benutzen kann. Die Härtegrade sind HB, was für Schule und Büro ideal ist. Ich liebe die Regenbogenfarben und sie sind auch sehr langlebig. Ich kann diese Bleistifte wirklich empfehlen und werde sie sicherlich wieder kaufen. Ich bin sehr zufrieden mit meinen neuen Bluetooth-Kopfhörern von Litinst. Sie sind sehr bequem zu tragen und bieten eine klare und kraftvolle Klangqualität. Die Bluetooth 5.3-Technologie ist sehr zuverlässig und die Verbindung ist stabil. Die Akkulaufzeit ist sehr gut und ich kann sie lange verwenden, ohne sie aufladen zu müssen. Die Ohrhaken sind sehr bequem und halten die Kopfhörer sicher an Ort und Stelle. Sie sind auch wasserdicht, was sehr praktisch ist, wenn ich sie beim Sport trage. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann sie jedem empfehlen. Ich bin begeistert von diesen Bluetooth 5.3-Sport-Kopfhörern. Sie sind sehr bequem, passen perfekt und geben einen tiefen Bass. Die Ladebox mit USB-C und LED-Anzeige ist ein großer Pluspunkt. Außerdem sind sie IPX7 wasserdicht und haben ein Mikrofon. Der Rosé-Gold-Look ist auch sehr schön. Ich würde sie jedem empfehlen, der nach einem bequemen und stilvollen In-Ear-Kopfhörer sucht. Ich habe mir den Fahrbach Autoschlüsselanhänger K mit Gravur gekauft, um meinem Auto ein wenig mehr Glück zu bringen. Ich bin begeistert. Der Anhänger ist sehr schön gestaltet und die Gravur ist sehr schön und detailliert. Der Anhänger ist aus robustem Metall und die Farben sind sehr lebendig und glänzen im Licht. Es ist ein tolles Geschenk für Autofahrer, das sie an ihre Sicherheit erinnert. Ich liebe es, wie es meinen Schlüsseln ein schönes Aussehen verleiht und ich kann es kaum erwarten, es meinen Freunden zu zeigen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann es jedem empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. LesER Untertitelung des ZDF, 2020